Hi, mein Name ist Kian Kölsch. Ich bin Kandidat für den Dresdner Stadtrat für die Piratenpartei im Wahlkreis 8. Das sind Proles und Strehlen und für den Dresdner Stadtbezirksbeirat im Wahlkreis 9 in Dresden-Plauen. Die Themen, die mir besonders wichtig sind, sind zum einen natürlich die Verkehrswende. Wir wollen, dass der Dresdner ÖPNV ausgebaut wird und vielleicht kriegen wir den sogar fahrscheinlos hin. Und der Dresdner Radverkehr, dem muss auch geholfen werden. Idealerweise bekommen wir eine grüne Welle fürs Fahrrad sogar hin. Das andere Thema, das mir besonders wichtig ist, ist, dass wir den Wohnungsmarkt zurück in kommunale Hände holen. Der Dresdner Stadtrat hat vor einigen Jahren beschlossen, etliche Wohnungen unter anderem an die Volovia zu verscherbeln und hat jetzt gemerkt, dass das eigentlich eine ziemlich dumme Idee war und hat angefangen, 1200 Wohnungen jetzt zurückzukaufen. Wir wollen, dass das noch viel weiter passiert und die Wohnungen zurück in kommunale Hände überführt werden. Am 9. Juni Piraten wählen.